Hallo Freunde aus Wuppertal, es ist endlich bald soweit. Der 6. Mai 2012, es naht der Tag, an dem TV Wuppertal seine Pforten öffnet. Ja, wir öffnen unser erstes Mal den Sendekanal und unser Studio für euch. Was bietet euch TV Wuppertal? Ja, erstmal die Polizeimeldungen der vergangenen Woche. Events, was ist los, wo ist was los. Kino, mal schauen was da läuft. Ja, aktuelles aus unserer Heimatstadt Wuppertal und der näheren Umgebung. Genauso wie das Wuppertaler Weg, da den Schirm, hab ich da schon immer dabei. Ja, und heute ist das nur ein kleiner Testlauf. Ich möchte mal sehen, wie alles läuft. Und dann habe ich auch noch zwei Termine für euch für dieses Wochenende. Einmal am Freitag, den 27.04. kommen alle Biker nach Wuppertal. Und zwar nach Elberfeld zum Laurenziusplatz. Ab 17 Uhr ist dort die Motorradsegnung. Ja, ich denke mal, da sollten viele Biker hinkommen und ihr Motorrad auch ruhig segnen lassen. Des Weiteren folgt der erste Höhepunkt unter den vielen Wuppertaler E-Wands. Der Ölberg, er feiert doch glatt wieder. Jo, und damit ihr seht, was der Ölberg alles so macht, wenn er feiert, habe ich einen kleinen Film für euch vorbereitet. Ich hoffe, es gefällt euch. Und das Ölbergfest startet Samstag am 28.04.2012 schon von morgens und geht bis tief in die Nacht hinein. Ja, ein Stadtteil feiert. Und zwar Kunterbund, Deutsche, Italiener, Türken etc. pp. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Sei auch du einfach dabei. Wie leicht sehen wir uns am Stand von TV Wuppertal. Und zwar, wie leicht sehen wir uns am Standort. Musik 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 Musik